schon wieder ein bauernhof in der erst bei ja auch schau und nein wir sind nicht bei bauersucht frau ich habe heute einen kurierauftrag für eskulep und ich bringe die sachen zu keinem geregeln als guido chuk guido chuk als weltcup fahrer unfassbar viele titel gesammelt ich glaube vorletztes jahr oder letztes jahr downhill weltmeister in der masters kategorie und der typ hat früh angefangen sich ein imperium aufzubauen und zwar diesen bauernhof und welches business der hier so betreibt und was er noch so alles macht und welche schmuckstücke da hinten drin sind das schauen wir uns heute an also wir sind auf einem bauernhof irgendwo um nirgendwo ich habe dir neue produkte mitgebracht für dein e-bike sehr schön als club ebikesattel weil du ja ebiker bist und du warst ja immer rennfahrer und hast ziemlich viel in deinem leben erreicht und das ganze gucken wir uns heute ein bisschen an du zeigst uns den bauernhof so machen wir es ok wir legen los ich habe gehört dass du mittlerweile strecken baust du bist streckenbauer mache ich auch nebenher ja also neben der ganzen mountainbike geschichte du praktisch für gemeinden für vereine für privatleute dirtparks bauen bmx bahn pumptracks alles und angefangen hat das natürlich nicht man fängt an und baut eine strecke sondern im eigenen garten und den gucken wir zusammen so sieht es aus pumptrack früher noch richtig genutzt wo ich noch vor groß weltcup gefahren bin zum trainieren einfach und das ist ein perfektes training pamptrick jetzt mehr so mache ich ab und zu mal so kindertraining oder für meine kinder und auch zum irgendwelche sachen ausprobieren sei es belagmaterial für eben für strecken wo ich für gemeinden und so baue da kannst du eigentlich nicht genug erfahrung sammeln wie sich das entwickelt das material durch den regen und so weiter ob es richtig hart wird durchs fahren ob es rutschig wird rollig okay aber bevor du ja jetzt nach deiner karriere quasi angefangen hast strecken zu bauen warst du mal rennfahrer und hast hier wahrscheinlich auch trainiert ja genau also da habe ich da oben in die einfahrt die war damals nicht wo ich den bauernhof gekauft habe da habe ich mir einfach gebaut und habe ich da meine stadtgarter gehabt dann habe ich halt wirklich auf zeit praktisch trainiert und start trainiert weil vor groß ist halt enorm wichtig sagen wir 80 prozent ist der stadt da muss dann die ersten paar dritte muss nicht passen und da habe ich halt dann in der woche meine und du wirst ja in forcrast im weltcup gefahren erzähl mal so ein paar deiner titel was hast du erreicht mein größter erfolg war glaube ich im weltcup gewonnen und weltcup gesamt zweiter über zehn jahre war ich praktisch immer top 10 weltrangliste war auch lang führend in der weltrangliste und auch weltcup in dem jahr wo ich weltcup gesamt zweiter geworden bin da war ich das ganze jahr weltcup führender genau im letzten rennen war da leider ging es sich nicht aus aber es ist halt racing racing part of the game was haben wir noch gemacht zweimal bin ich rampage mitgefahren als einzigste deutsche genau das war nämlich red bull und ich glaube der guido war neben tarek der dann leider den unfall hatte aber du warst dann eigentlich der einzige deutsche red bull athlete ja der tarik rasuli der nils peter jensen war mal noch red bull athlete und der sascha meinberg war auch mal red bull athlete genau aber ich bin der einzige rampage teilnehmer auf jeden fall gewesen und halt einfach so die eierlinge wohlmichsau die sagt man die wo alles macht vor groß freeride downhill zeitlang bin ja wirklich also für die die es nicht wissen der guido war eben zwar bei der rampage und hat auf jeden fall die richtig dicken jumps gesendet und ist auch tatsächlich sehr motorcross-affin das können wir uns wohl später noch anschauen weil er baut nämlich nicht nur pump track strecken und bike parks sondern du baust mittlerweile auch motorcross strecken genau je nachdem was hat was der kunde wünscht sozusagen aber natürlich auch jetzt auch ein thema ist jetzt die ganzen e-model cross du kannst ja wirklich eine crossstrecke in den garten bauen das keinen krach macht und das ist jetzt dein ziel in den garten genau du kannst nicht viel du kannst nicht viel genug strecken im umkreis von erreichbarkeit haben wie oft fährst du auf dem pump track auf dem pump track fahr ich nicht mehr so oft ehrlich gesagt das ist wie gesagt mehr so sachen zum ausprobieren irgendwelche hindernisse oder material und eben auch für die kinder habe ich noch beibehalten zu einem pool pool partys ja pool partys eigentlich auch mehr mit den kindern das ist so meine ecke zum chillen und da sieht man ein bisschen den berg rein und das ist eigentlich ganz cool da wenn man viel unterwegs ist und auch viel sozusagen arbeitet verschiedene bereiche dann ist ja ganz nett da mal wieder ein bisserl ruhe zu haben am pool aber was hast du denn so in deiner garage versteckt ja das kann ich ja zeigen das wäre mal ganz nice viele radl meine garage mit meine sachen was sie mir angesammelt habe so die wichtigen erfolge die weltcup gesamtpokale zweiter dritter vierter genau und dann meine ganze retoul helme einerweise gar hier auch ein 12er pack drauf da hier mit so einem dicken sprung in der rampage genau so und ja das machen wir dann mein aktuelles radl muskwana ebike mit shimano motor und da habe ich natürlich auch die tollen produkte schon drauf nach drei jahren nur ebike fahren könntest eigentlich mal schauen ob du eigentlich noch schnell genug bist auf der normalen dauerl piste dann waren wir eh noch trainieren weißt du ja wir waren trainieren in bozen video mache ich hier oben irgendwo das kann ich noch nicht aber irgendwo mache ich den link rein genau dann bin ich mit johannes wischbach noch zum trainier gegangen zwei tage und dann habe ich mich angemalt zur weltmeisterschaft in andora und da habe ich nicht gewusst auf was mich was auf mich zukommt und bin dann gleich mit sieben sekunden vorsprung habe ich die quali geboren und dann habe ich gedacht oh jetzt kann ich es wirklich sogar gewinnen und dann war ich sogar echt ganz schön aufgeregt und ja genau und am nächsten tag im finale habe ich es dann runter brettert und habe mich nochmal um zehn sekunden verbessert und hatte dann wieder sieben sekunden vorsprung vor den gegnern das ist eine gute leistung weltmeisterschaft gibt es eben in der masterskategorie alles über 30 gibt es dann unterschiedliche alterskategorien ist aber wurscht weil weltmeister als weltmeister und du durftest auch die stripes fahren also du kriegst eine medaille mit stripes kannst du mal kurz sein können wir uns mal kurz sehen und genau die stripes habe ich ein jahr gefahren jetzt zwei jahr wieder die weltmeisterschaft die bin ich dieses jahr nicht mitgefahren aber ich fahre sie nächste wieder mit in drei jahren können wir dann zusammen fahren da bist du bist dann schon 30 da bin ich dann 30 da kann ich 30 nach das weltmeister nicht da fahr ich dann wahrscheinlich schon 50 plus cool was ist das ja so eine collage halt praktisch hier vom weltcup da siehst jeder wenn die weltcup geführende weil das ganze jahr ist meine strecke mit der autobahnbrücke da mache ich ja jedes jahr so ein event für kids immer am 1. dezember wochenende dieses jahr am 1. dezember x-mas jam gibt es seit wieviel jahren x-mas jam gibt es seit ich glaube 17 17 jahre dieses jahr 17 das mal mache ich die x-mas jam die x-mas jam ist eigentlich einfach eine jam wie man sagt also man kommt zusammen und fährt zusammen und ist zusammen und grillt zusammen und das ist auf seinen dörts unter der autobahnbrücke genau das habe ich mir damals zur weltcupzeit habe ich mir eine strecke gebaut habe nach die muss irgendwo was haben wo ich trainiere auch bei regen wetter schlechten wetter winter und dann ist mir die idee gekommen autobahnbrücke drunter was zu bauen habe das gepachtet und wie gesagt wird schon seit 18 19 jahren gepachtet und seit 17 jahren gibt es jetzt den event da sind wirklich richtig gute fahrer da aber auch der absolute anfänger und vater und opa die ganze family und genau das ist wieder dies jahr shimano x-mas jam gibt es auch relativ viele sachen zu gewinnen von meinen sponsoren auch es große tombola also wer kommt nirgendwas mit nach hause normalerweise kriegt fast jeder was genau bei mir geht jeder was schub der weihnachtsmann bei der x-mas jam jetzt ist ja so dass wir gerade darüber gesprochen haben dass du zum beispiel die strecke unter der autobahnbrücke gebaut hast also streckenbau scheint eine große leidenschaft von dir zu sein und können wir das in action sehen das können wir in action sehen ja also das ist eine volle große leidenschaft weil ich das wie gesagt schon immer mache ich habe angefangen wo ich die ersten weltcups gefahren bin und gesehen habe dass die strecken einfach so heftig sind da habe ich gesagt ich muss jetzt irgendwas bauen habe mir einen alten bagger gekauft grundschicht gepaht und so ging das los jetzt passt mal auf hier mal zu achtung herst du hast es ja ich habe mir gerade erst frisch reinbauen lassen das ist eine luftdruckbremsanlage und warum damit die einen fetten auflieger hinten hängen kann und dann kann ich da einen fetten bagger drum stellen zum fette stricken bauen geil wir fahren hier quasi durch ginos wohnzimmer da ist die einfahrt dann fahren wir hier an der bar vorbei an dem kachelofen vorbei und dann geht es hier wieder raus und dann geht es weiter auf der strecke es soll mir nur schnell was essen gehen hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge jj performance wir sind heute bei gino chuk und fahren eine kleine runde pro chuk ein 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 ein